Hi Leute, hier ist High Carp Christian. Freely und andere High Carp-Vegane YouTuber empfehlen Kalorienangaben oder Kalorienempfehlungen, die ziemlich hoch erscheinen. So was wie 2100 bis 2500 Kalorien für Frauen Minimum und 3000 Kalorien für Männer Minimum. Und darunter, alles was darunter ist, ist laut WHO angeblich eine Hungersnot und ja, deshalb aus ethischen Gründen nicht zu empfehlen, so wie Freely es in ihrem neuen Buch schreibt. Was ist da eigentlich dran? Ich werde jetzt im Folgenden zuerst auf Freelys Behauptungen eingehen und danach dann auf meine Meinung dazu oder meine Empfehlungen dazu. Zuerst schreibt sie in ihrem neuen Buch vor, dass Frauen 2100 bis 2500 Kalorien pro Tag Minimum essen sollten und Männer 3000 Kalorien Minimum, beziehungsweise das Männer, das hat sie rausgelassen, weil das Buch anscheinend nur für Frauen ist. Das ist aber noch im Internet zu finden, in Dokumenten wie dem Raw Till 4 Principles Dokument, das habe ich ja mal verlinkt, in einem anderen Video über Raw Till 4. Und das ist schon eine zurückgeruderte Version, denn sie hat ja auch mal gesagt, man soll Minimum als Frau pro Tag 2500 Kalorien essen und jetzt ist sie halt dann quasi 400 Kalorien runtergegangen. Sie sagt aber trotzdem, für optimales Lebensgefühl sollte man 2500 Kalorien am Tag Minimum essen. Was sagen echte Ernährungsorganisationen dazu oder die echte Wissenschaft, die sich wirklich damit beschäftigt das ganze Leben lang und mehr Erfahrung hat als eine dünne Australierin? In diesem Artikel hier, der heißt New Reference Values for Energy Intake, also quasi neue Referenzwerte für Energiezufuhr, der 2015 erschienen ist, was nur ein Beispiel ist, hat man auf Basis des sogenannten Resting Energy Expenditures und sogenannter PAL-Werte spezifische Kalorienempfehlungen ausgesprochen, vorsichtig formuliert, beziehungsweise man hat einfach wissenschaftlich untersuchen wollen, wie viele Kalorien braucht man so eigentlich pro Tag. Und kurz zur Erklärung, Resting Energy Expenditure ist sowas ähnliches wie der Grundumsatz. Es ist die Kalorienmenge, die der Körper in einer 24-Stunden-Periode benötigt, wenn er sich im vollkommenen Ruhezustand befindet. Und PAL-Werte sind Werte, die für physische Aktivität stehen. PAL steht auch für Physical Activity Levels. Und da gibt es eben diese verschiedenen Werte oder Wertebereiche, die eben spezifische Energieverbrauche pro Tag darstellen sollen. Hier in der Tabelle ist PAL 1,4, 1,6 und 1,8 angegeben. Und 1,4 steht für eine überwiegend sitzende Tätigkeit, zum Beispiel Bildschirmarbeit. 1,6 steht für Sitzen mit einigen stehenden Tätigkeiten, zum Beispiel wenn man Student ist. Und 1,8 steht für hauptsächlich stehende und gehende Tätigkeiten, wenn man zum Beispiel im Einzelhandel arbeitet. Also das ist, man versucht das damit ein bisschen zu differenzieren, wie viele Kalorien man pro Tag zusätzlich zu dem Resting Energy Expenditure extra benötigt, um, ja, das Gewicht zu halten. Und danach kommen noch zwei weitere Variablen dazu, nämlich Alter und Geschlecht. Denn Kinder haben sowieso andere Energieverbräuche. Deshalb habe ich die im Folgenden jetzt aus der Tabelle rausgelassen. Die vollständige Tabelle könnt ihr im Internet finden. Ich verlinke euch die natürlich unten in der Beschreibung. Und Geschlecht, denn Frauen haben auch einen anderen Energiebedarf als Männer. Selbst das hat Freely ja erkannt, dass sie Männern zusätzlich 500 Kalorien pro Tag gibt. Dazu ist noch zu beachten, dass die gesamte Tabelle sich auf einen BMI von 22 bezieht. Das heißt, wenn man einen anderen BMI hat, dann sieht die Tabelle schon wieder ganz anders aus. Das kommt also auch noch als Variable dazu. Wir haben also insgesamt quasi vier Varianten. Wir haben Alter, wir haben Geschlecht, wir haben physische Aktivität und wir haben BMI bzw. Körperzusammensetzung. Freely betrachtet davon nur das Geschlecht. Und deshalb kommt sie halt zu einigen sehr komischen Schlussfolgerungen. Vielleicht hat Freely aber durch ihre willkürliche Raterei ja recht gehabt. Vielleicht trifft sie ja genau ins Schwarze. Vielleicht sagt die Wissenschaft ja genau, dass Frauen mindestens 2100 bis 2500 Kalorien am Tag brauchen und Männer mindestens 3000 Kalorien am Tag. Ich habe euch ihre Kalorienempfehlungen in dieser Tabelle jetzt mal unterlegt, farbig. Und es gibt quasi ja 24 verschiedene Kombinationen durch die Altersgruppen und die Geschlechter. Und die Angabe von mindestens 2100 Kalorien pro Tag von Freely habe ich in dieser Tabelle in blau unterlegt. Und damit liegt sie quasi in 6 von 12 Fällen richtig, also in 50%. Und die Angabe für mindestens 2500 Kalorien am Tag, damit liegt sie in einem von 12 Fällen recht, also in 8,3%. Und bei Männern mindestens 3000 Kalorien liegt sie ebenfalls in einem von 12 Fällen richtig, also auch in 8,3% der Fällen. Dementsprechend könnte man mit viel, viel Wohlwollen sagen, dass sie in 8 von 24 Fällen richtig liegt, was dann ein Drittel ist, sprich 33%, oder sie liegt in 66% der Fällen daneben. Im Grunde genommen trifft sie eigentlich in noch weniger Fällen zu, weil sie eben sagt, dass man mindestens diese Kalorien essen sollte. Also ich habe jetzt auch gesagt, dass 2600 Kalorien mindestens 2100 sind. Das ist eine Differenz von 500 Kilokalorien. Das ist schon wirklich viel. Das kann sich auf lange Zeit wirklich in Körperfett akkumulieren. Denn auch Kohlenhydrate können in Körperfett umgewandelt werden. Auch wenn einige Leute das immer noch nicht glauben wollen, es funktioniert. Man könnte sich deshalb auch die Frage stellen, ob es vielleicht daran liegt, dass so viele Leute mit Roger Ford zunehmen, weil sie dann quasi Pech haben und eben sich in den 66% befinden, die auf die Freelys Empfehlungen nicht zutreffen. Genauso wenig hat die Weltgesundheitsorganisation jemals behauptet, dass alles unter 2100 Kalorien am Tag eine Hungersnot darstellen würde. Dafür gibt es schlichtweg einfach keine Belege. Die Definition der Weltgesundheitsorganisation für eine Hungersnot ist nämlich differenzierter und einfach anders. Zunächst einmal sagt die Weltgesundheitsorganisation, dass bei Hilfsmaßnahmen in Ländern, in denen eine Hungersnot stattfindet, eine Gewährleistung von einer Kalorienzufuhr von 1700 Kalorien am Tag eine Hungersnot verhindern kann und nicht eine Hungersnot darstellt, wie ich euch hier eingeblendet habe. Auf der Webseite des International Medical Course kann man eine Definition von einer Hungersnot nachlesen, die von der UN adaptiert ist und sich nach der sogenannten Food Security Phase Classification Reference Table richtet. Ein sehr, sehr langer Begriff. Und laut dieser Tabelle entsteht oder ist eine Hungersnot anwesend, wenn die ersten drei der folgenden Sachen zutreffen. Und das erste ist, 20% der Bevölkerung haben weniger als 2100 Kalorien Nahrungsmittel pro Tag. 30% der Kinder sind akut unterernährt, zwei Tote pro 10.000 Leuten oder vier Tote pro 10.000 Kinder pro Tag. Und hier sieht man, dass sich diese 20% der Bevölkerung haben weniger als 2100 Kilokalorien Lebensmittel am Tag, dass sich das auf Zugang bezieht. Und dementsprechend kann man sowieso nicht sagen, es geht, ich verstehe nicht, wie man daraus konstruieren kann, dass es eine Hungersnot darstellt, wenn man weniger als 2100 Kalorien am Tag isst. Das ist schlichtweg nicht wahr. Das ist schlichtweg eine Umformulierung, ein Word-Twisting, was Freely da betreibt. Und das ist schlichtweg nicht das, was die Weltgesundheitsorganisation sagt. Zudem eine, ja, zudem wie man hier sieht, eine Unterernährung, eine Hungersnot ein mehrdimensionaler Begriff ist und nicht nur auf Kilokalorien pro Tag reduziert werden kann. Und schon gar nicht kann man davon sprechen, dass eine Einzelperson in einem hochentwickelten Land wie Australien an einer Hungersnot leiden kann. Das ist schlichtweg nicht das, was der Begriff bedeutet. Also, das ist auch was, was überhaupt nicht stimmt, was Freely da sagt. Eigentlich wirklich überhaupt nicht. Wir haben also gesehen, dass sich Kalorienverbrauch auf sehr, sehr viele Variablen bezieht. Dass es auf sehr, sehr vielen Variablen zusammengesetzt ist. Nämlich mindestens vier. Alter, Geschlecht, physische Aktivität und Körperzusammensetzung. Und es macht, selbst kleine Sachen können einen großen Unterschied haben, wenn man es eben auf Jahre bezieht. Es kann schon einen Unterschied ausmachen, ob man jetzt wie ich ziemlich gerade im Stuhl sitzt und nichts macht. Oder wenn man dabei ein bisschen hin und her wackelt, ein bisschen mit den Händen zappelt, das akkumuliert sich. Das ist auch etwas, was man definitiv beachten sollte. Meine Empfehlung ist, so viel zu essen, wie man braucht. Und nicht so viel zu essen, wie Freely sagt oder was Kayla Itzins sagt oder was sonst wer sagt. Denn irgendwelche Kalorienangaben im Internet sind Krücken. Das sind immer nur Hilfsmittel und kein Kalorienrechner der Welt kann so genau sein und dir genau sagen, wie viele Kalorien du brauchst. Zumal das auch pro Tag unterschiedlich ist. Es macht schon einen Unterschied, ob man im Winter leicht bekleidet rausgeht, ob man im Winter mit viel Kleidung rausgeht, ob man sich an einem Tag mehr bewegt, ob man sich an einem Tag weniger bewegt. Deshalb kann ein Rechner im Internet dir das einfach nicht sagen. Punkt. Das sind immer Hilfsmittel. Es sind Hilfsmittel, es sind Richtwerte. Mehr ist das nicht. Als mehr ist das auch nicht zu betrachten. Und der beste Freund, der dir erzählen kann, wie viele Kalorien du am Tag essen sollst, ist dein Hungergefühl. Sprich, es klingt unfassbar einfach, aber es ist wahr. Iss, wenn du Hunger hast und hör auf, wenn du satt bist. Das bezieht sich natürlich darauf, dass man weiß, was man essen sollte. Sprich, ich kann nicht unendlich viel Öl essen, bis ich satt bin, weil es keine Ballaststoffe hat. Insert irgendein anderes ballaststoffarmes Lebensmittel. Sondern es bezieht sich schon darauf, dass man vollwertige pflanzliche Lebensmittel isst, die intakt sind, die Ballaststoffe haben, die Wasser haben. Und damit fährt man schon ganz gut. Und wenn man dann merkt, dass man Gewicht zunimmt, dann reduziert man entweder seinen Fettanteil oder man erhöht seinen Ballaststoffanteil und reduziert damit die Kalorien. Und wenn man immer weniger wiegt und man möchte das nicht, dann isst man halt mehr Trockenfrüchte, mehr Kalorien, dichtere Lebensmittel. Und ich weiß, dass es für sehr, sehr viele Leute sehr schwierig sein kann, aufs Hungergefühl zu hören, weil man sich das über Jahre abtrainiert hat. Und ich habe da persönlich auch keine Erfahrung mit, weil ich dieses Problem nie hatte. Aber von dem, was ich immer aus anderen Kreisen gehört habe, was man in der Startsolution-Gruppe auf Facebook liest, ist, dass es irgendwann einfach funktioniert. Irgendwann macht es Klick und man versteht es. Und es ist also, um mal zu einem Fazit zu kommen, es ist genauso falsch zu sagen, dass jemand 2500 Kalorien am Tag Minimum braucht, wenn man eine Frau ist, oder 3000 Kalorien Minimum am Tag braucht, wenn man ein Mann ist, wie es falsch ist zu sagen, dass man pro Tag nur 1600 Kalorien essen sollte und das Bananen dick machen. Das ist einfach, es ist Unsinn. Es hat nichts mit Wissenschaft zu tun und glaubt nicht Leuten, nur weil sie dünn sind. Und weil sie einen YouTube-Kanal haben mit vielen Abonnenten. Dementsprechend macht eure eigenen Researches, macht eure eigenen Untersuchungen und wenn ihr das nicht könnt, dann hört auf Wissenschaftler, die das getan haben und die da wirklich Ahnung von haben. Guckt auf solchen Webseiten wie veganhealth.org oder ja, geht zu einem Ernährungsberater, irgendwie so etwas. Aber glaubt nicht Leuten, nur weil sie dünn sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Unter mir seht ihr eine Playlist mit verschiedenen Rezepten von mir, die die Qualitäten haben, die ich gerade genannt habe, sprich vollwertig, pflanzlich und so weiter. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag.